So, guten Tag. Das wird ein Trash-Video halt. Na gut. Ich will das wahrscheinlich mal als Lifehack reinstellen. Hier, ich habe den Arduino bestimmt 20 mal umprogrammieren müssen. Da muss ich den halt immer raus machen. Und eines schönen Tages passiert dann das. Beim rausziehen ist mir das grüne Kabel hier abgerissen. Und da habe ich das doch einfach hier in den Kontakt gesteckt. Und, hä? Provisoren halten am längsten. Na gut, so gut ging es nie. Das ist die Triggerleitung für den magnetischen Kompass, der hier drin steckt. Und ich will das jetzt mal schick machen. Ich werde es mal aufnehmen. Vielleicht mache ich einen Zeitraffer drauf. Vielleicht werde ich es auch dann kommentarlos wieder mal. Wer weiß. Egal. Ich mache das halt nur so zum Spaß. Okay, dann werden wir mal das ganze Ding auseinander bauen. Okay. So, jetzt gehen wir mal. Okay. So, jetzt geht's. Okay. Okay. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt kann ich das mal richtig demonstrieren. Also ich habe meinen Kompass hier auf mein Stativ gestellt. Damit kann ich den drehen. Hier läuft der Postrechner, äh, Slave-Rechner. Und hier habe ich jetzt mal meinen Ruderlagegeber mit Motor verbunden. Die Übersetzung ist ziemlich kurz, ja. Deswegen kann ich nur so langsam drehen lassen. Und jetzt machen wir mal ganz kurz hier das GPS-Pipe aus. Und wieder an und wieder aus. Und aktivieren wir diesen Wegpunkt. So, jetzt sagt er, ich weiß noch wie läuft, ähm, dass er keine Daten empfängt. Jetzt starten wir mal GPS-Pipe. 0,18 Seemeilen. Und jetzt fängt er an den Kurs einzudrehen. Also 96 fahre ich und 89 müsste ich. Also hat der Ruder leicht gegeben. Und wenn ich jetzt meinen Wegpunkt hier verschiebe, lenke dagegen. Dann schiebst du nach oben. Genau. Perfekt, ne? Gut. Und hier dasselbe mit magnetisch. 48 Grad will ich fahren. 26 fahre ich jetzt. Gibt der Ruder. Und wenn ich jetzt meinen Kompass hier drehe, lenkt er mehr. Jetzt fahre ich in den Kurs, wo ich hin möchte. So, ob ich es hinkriege. Na, jetzt fahre ich genau den Kurs und erstelle es Ruder mit Schiffs. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit meiner Kamera hier dem Kompass nahe komme, dann sieht man, wie der Kurs sich ändert. Also ich weiß nicht, ob man das sieht im Moment. Genau, wenn ich jetzt dem nahe komme, dann sieht man, wie der Kurs sich ändert, weil die Kamera halt leicht ein Magnetfeld hat. Deswegen eier da bis in den Kurs jetzt. Jo, so funktioniert das im Prinzip. Ja, das ist im Prinzip so das Setup. Geht klar? So, nur mal zur Illustration. Ich habe das jetzt mal ein bisschen asymmetrisch gesetzt. Also mein Rudermittelpunkt, Entschuldigung, ich habe gerade Bremsen gewechselt. Entschuldigung, der Rudermittelpunkt ist bei minus 157, das Minimum ist dann negativer als bei 832 und das Maximum muss natürlich kleiner sein als der Absolutwert von dem 616. So, jetzt drehe ich ja mal, Sekunde, ich kann nicht drehen, weil der Motor an ist. Machen wir aus. Sorry, Test. Off. Back. Ruder. Ja, jetzt lässt er sich drehen. Ich drehe dann mal ein Stück zur Seite. Jetzt sind wir bei minus 42% oder 42% nach Backbord. Jetzt machen wir mal den magnetischen Piloten an. Jetzt mache ich mal an. Kurz Mittelwerte berechnen und los geht's. Und man sieht, er hat es ein bisschen übersteuert, aber er steuert es auf die 0 Grad Ruderlage ein. Und im Setup sieht man, dass er jetzt praktisch bei den minus 157 versucht einzustellen, was für mich sozusagen der Rudermittelpunkt ist, wenn ich zum Beispiel den Geberleicht schief eingebaut habe. Ja, und wenn ich jetzt hier meinen Kompass ein bisschen drehe, drehe ich das irgendwie beides drauf. Ich mache mal kurz hier in das Fenster. Also 350 Grad. Um es besser zu illustrieren, ich fahre jetzt mal 20 Grad, die ich ungefähr möchte. Jetzt würde mein Schiff nach Steuerbord drehen, also muss ich nach Backbord steuern. Jetzt fängt er an, nach Backbord zu steuern. Dass der so übersteuert ist, richtig. Also ich drehe jetzt mal schnell. Und jetzt steuert er gleich wieder zurück. Das ist, weil der die Drehrate des Schiffes mit in die PID-Richtung eingehen lässt. Wenn sich das Schiff schnell dreht, schnell aus dem Kurs läuft, steuert er mehr gegen. Und wenn das Schiff sozusagen langsam nur aus dem Kurs dreht, wie jetzt, jetzt drehe ich langsam zum Kurs wieder hin, rege dann langsam zurück, jetzt geht es langsam wieder aus dem Kurs raus. Jetzt fängt er gleich an, langsam wieder gegen zu steuern. Wenn ich jetzt, ich gehe noch auf die 20 Grad, schnell sozusagen, wenn eine Welle kommt oder eine Böe aus dem Kurs gehe, dann steuert er mehr gegen. Und wenn die Drehrate sozusagen wieder null ist, dann steuert er wenig gegen. Und jetzt würde das Schiff sozusagen langsam wieder auf den Sollkurs zurückfahren. Und ja, er steuert dann halt wieder auf die null Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017